hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die in der mode version rare joke oder war joke wer es ok oder wie immer auch hier sie nennt wir sind jetzt dabei uns die hd ak hybrid acp zu kräften in anderthalb minuten ist es soweit ich hoffe dies besser als die anderen beiden die ich hier getestet habe da bist du also von dem muss ich ehrlich sagen bin ich bis jetzt nicht so ein fan aber so optik sound ist nicht so geil und eben der schaden ist so wie gewünscht da kann ich dann lieber hier mit dem m60 maschinengewehr und ballern das kann auch über das kann darüber das kann darüber ich glaube die behalte ich einfach mal für die hordennacht obwohl dies eigentlich sehr gut wenn wir hier militärbasen angreifen aber jetzt hier mit so viel munition rumlaufen würde ich natürlich niemals machen wenn ich hier auf dem pvp server spiel da läuft man ja mit dem nötigsten rum aber ich glaube hier offen pvd ding ist das glaube ich viele fans hier drinnen können wir das licht erstmal auslassen oder ja das leder kann auf jeden fall rein die können rein und ihr das geht hier zum fährt gefertigten ding ja komm hier diese zeit bombe jetzt geht aber auch dass es nur schaden macht aber es auf jeden fall sehr cool selbst mit der ansage sehr geil gemacht also ich muss ehrlich sagen die mods sind immer besser als das von den phantoms sei es in der grafik oder von inhalt her die fanpoms machen natürlich immer so die grundbase aber die ganzen modder machen daraus echt einen traum echt der hammer ja wir haben auch noch jede menge geschmiertes eisen ich werde jetzt auch schon mal die hd-näger mitnehmen das werden wir auch mitnehmen wir werden das mitnehmen die mitnehmen wir werden noch ein paar fallen basteln und 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 werde ich schon mal alles hier mitnehmen und eventuell vor der horde je nachdem wie schnell wir sind werde ich auch schon mal anfangen dass wir uns unsere untergrundgarage basteln hier wird auch auf jeden fall sehr sehr cool von 40 folgen angekündigt nie gemacht hat jetzt mal ein ende hier wird das eisen können wir auch noch definitiv einschmeißen so wie dit und dit hier ist es ja eh schon gleich fertig schnelle ja messing wie ihr seht haben wir echt schon viel eingebrannt wie sieht es hier aus mit den schaden wir müssen mal wieder zement herstellen kein problem wird gemacht betonmischung nehmen wir mit auf jeden fall wir nehmen auch ein bisschen holz und eisen mit damit dem öl schiefer und können das dann da so mit rein schubsen ja wir haben natürlich auch unmengen an ok und mengen an kohle hier oha alleine hier von 60.000 hier ja mal im 90.000 kohle hätten wir jetzt noch genauso viel nitratpulver wärs ein traum so das sollte ich glaube ich erstmal ausreichend fürs aufwerten da dann können wir hier eben dafür mal mitnehmen das mit den beiden hier reinschmeißen um betonmischung herzustellen 30 minuten what the fuck seriously kommen wir heißt hd motor blablabla genau hier können wir noch ein herstellen an dem motor genau die mit leitung was brauchen wir denn da geschmiedeten stahl haben wir öl motor stoff fetzen ich mache nämlich dann das bisschen genau motor und stoff fetzen das haben wir alles dann können wir beide motoren machen und für die andere seite natürlich auch so einmal hd motor dann machen wir hier von einem hier von einem dann wieder hier von einem davon ein davon ein und haben ich wollte gerade sagen alle motoren verballert aber nein wir haben hier noch damit wir auch die zweite die zementmixer natürlich ebenfalls mit den motoren ausstatten können da die eben die herstellungszeit extrem reduzieren weil eine halbe stunde versuchen wollen wir nicht wir wollen mehr deutlich mehr so damit ist auch unsere waffel fertig hat auch so ein herben unterschied natürlich reizt sie nicht so weiter wir gucken also mal ja wir testen einfach mal braucht ebenfalls die von den 45 haben wir glaube ich nicht okay wir können ja erstmal weil da haben wir die 45er hier irgendwo ja hier verbraucht man das gleiche mal gucken hat noch weniger faden sogar obwohl das so viel an dings verballert ja beim dauerschuss hat er aber auch eine herben rückstart hätte doch also der wandert auf jeden fall mal als vergleich ich würde schon sagen wir beiden dann erstmal das andere brauchen wir nicht so viele waffen hier mit uns steppen und ne schade ich dachte schon irgendwie dass es so ein bisschen mehr bumms gibt dann werden wir mal aus den ganzen dingern hier ich dachte ich hätte es bereits mitgenommen aber anscheinend ich wusste denn hier das nehmen wir mit und wo ist man schießpulver achte eine ecke versteckt ok wenn wir hier auch noch mal hier unter dann nochmal wie viel können wir machen 3000 machen wir mal 1000 1000 1000 nicht 3000 geht doch so machen wir mal 1000 stück und hier von 800 falls das geht ja gut dann brechen wir das mal ab machen den aber gehen einmal gehen 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 und achte und den ja dann sind wir mal wir brauchen jetzt genau weniger als die hälfte wunderbar wenn wir natürlich hier das ding nehmen hier die nächste voranschmeißen können wir die position schon mal nehmen haben wir schon und hier eben die andere seite beton anschmeißen kann das eben schon mal hier weg genau die waffe haben wir weggeschmissen dann kann das ebenfalls dann schmeißen wir noch mal eine ladung 7 panzer brechner panzer brechner aber es habt ihr also oben hier können wir es nicht machen und da ist es okay ein buch scharfschütze wir müssen das richtige buch holen genau okay dann machen wir erstmal ein paar von den normalen 7 nicht die holen sondern die könnten 1200 nur machen ja klar gegen den schießpuffer okay machen jetzt aber mal 600 einfach kann ja einfach so vor sich hinlaufen hier ein bisschen platz machen dann legen wir jetzt hier auch mal los wird auch mal zeit wo bis jetzt da ist das gute stück so immer so ist eine halle machen ach warte mal bevor ich jetzt das hier mit mache machen wir jetzt hiermit können wir euch hier auch eigentlich ach Gott das geht ja ab so wir nehmen mal das geld hier mit werden uns ja auch mal den beton hier raus kaufen mal gucken was hat er dann generell hier so schön ist dabei von den kugeln ist auch immer nur sehr sehr wenig da wie viel bezahlen wir denn dafür 8000 haben wir nämlich auch ein bisschen zeit gespart und wir brauchen natürlich auch sehr viel beton für unseren für unsere garage so sieht bisschen besser aus ups das geht natürlich wesentlich schneller jetzt ja darum auch nicht ja das wird mir glaube ich noch ein paar mal öfters passieren ja okay oh hier ist ja auch noch gut was kaputt gegangen oder angeschlagen zumindest ich glaube der dicke war wirklich ein bisschen gut ne oh ja hier ist ja auch noch ja hier ich glaube die das können wir da auch auf jeden fall hochsetzen wir nehmen jetzt auch definitiv jetzt mal die achse weg die gitter hier weg die bringen mir leider nicht so viel also an der position zumindest nicht dafür gehen wir mal raus haben wir doch mal hier sonst wenn ich da oben nicht so wirklich an so einen darüber kann ich nicht die geht auch noch mit diesen auffangen auf maximum und ich habe auch kein eisen dabei ja meine idee wäre natürlich dass wir da auch noch mal was hin klatschen könnten ok dann hole ich mal geschmiertes eisen die brücke bis hin reparieren da bist du ja so aufwerten kann ich dich nicht und natürlich werden wir als allererstes zielt pflastersteine ernsthaft früher zu meiner zeit konnte man oder kam nach holz eisen jetzt sind es pflastersteine mal gucken ob es dafür ausreicht für die paar dinger machen wir mal ab hier ja reicht das haben wir noch oder doch einiges naja mal etwas verfahren hier können wir einfach mal wissen auf brauchen gibt ja auch ein paar erfahrungspunkte man hat einen zusätzlichen schutz ja gut fertig keine pflastersteine mehr von der war ja gut die neuen stück dann aber bevor jetzt hier so lang donner würde ich gerne mal gucken können ich glaube zwar nicht dass es funktioniert aber wir können sie mal gerne ausprobieren und zwar würde ich hier gerne irgendwie diese dinger ansetzen auf der seite klar funktioniert aber ich wollte hier gucken auf der seite nicht dann machen wir es nur hier einfach falls sie da irgendwie lang stehen oder sowas dass die da auch faden bekommen das sieht einfach cool aus ja da können wir sogar auch hinsetzen so würde ich gut reichen machen wir den natürlich auf maximum natürlich werden wir dann auch hier unten den gang den sie so dass wir lang laufen würden auch auf maximum setzen wir haben ja genügend dann mache ich das mal eben pistole weg die dorthin laufen wir hier im kotz so entlang war nur nicht zu schnell so hier sollen die ja natürlich dann runterfallen dann nehmen wir hier natürlich eben alles auf maximum wenn die dinger auf stahl tun echt weh und dabei durch das zerlegen da auch sehr viel stahl bekommen haben würde es uns jetzt auch kein beinbruch ab dann können wir die hier eben auch nochmal kurz aufwerten die auch auf jeden fall gut ah bei dem bin ich mir jetzt echt nicht sicher sollten wir die nur hier am rande haben also mit zwei plätzen frei oder werden die nicht eher ja ich kann es echt so schwer einschätzen ich glaube bevor ich die jetzt aufwerte oder die seite auch noch aufwerte werde ich noch mal warten bis paar zombies herkommen um eben herauszufinden ob es eben so ist oder also ob die hier dann wirklich runter fallen oder ob sie auf einmal doch einen anderen weg wollen weil dann müsste ich die beiden hier doch einmal hier und da hinsetzen auch wenn sie dann mit einem stück ich bisschen zu knapp wäre also ich kann es mir zwar echt nicht vorstellen aber wir haben es ja in den letzten hordennächten gesehen es kam immer alles anders als geplant war das können wir auf später auf switchen ja dann können wir auf jeden fall hier eben kurz die dinger also machen wir zwei reihen hier komplett auf stahl wie viel haben wir denn oft da 1400 ok wir haben es kommen ja hier noch einige hin ganz später können wir die alle auf stahl haben da ist es pille palle erstmal für die wichtigsten dinger na so wir wollen jetzt zwei rein haben dann machen wir mal aktiviert da kommt denn das noch ja dann können wir noch ach komm weg damit zack bevor wir jetzt hier um kreppieren so das sieht schon viel viel besser aus wird auch den zombies ordentlich viel tun auch nochmal zack nicht nur den zombies mir tut es natürlich auch weh und dann werden wir einmal hier kopieren ja und jetzt wird es angezeigt wenn wir jetzt hier mal alles weiter auch nochmal befüllen weil wenn die zum bis dann natürlich eben davor stehen oh ja brauche ich dann doch einmal die achse wenn die zum bis davor stehen hauen die natürlich die dinger die reihe um weg das heißt wenn muss definitiv alles gemacht sein das würde sonst natürlich nichts bringen na gut die seite schon gemacht dann können wir jetzt hier weiter verlegen ach so das ding ist dann noch gar nicht richtig ab verstehe ja genau komm den bestbeschläger brauchen wir jetzt erstmal nicht Freunde ach du hier sehr schön äh wirst du witt komm du mal mit mir ja komm du mal mit mir komm du mal mit mir ne du wirst jetzt mein opfer sein hier bin ich hallo 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 du kommst jetzt hierher genau schön folgen und jetzt komm zu mir mach da mach da ich am liebsten würde ich schon ausprobieren alleine wegen der waffe aber was macht er was macht er ich bin hier ist es ihm jetzt wirklich du verarschst mich doch oder komm wir zu dem da lang der ist nix für dich ich glaube wir müssen tatsächlich die dinger zusammensetzen wie schnell der auf einmal gerannt ist ne so ich hatte hier eben noch ein zombie gesehen ach ich liebe diese waffe ja love it ja aber äh meine befürchtung hat sich doch leider bewahrheitet ich dachte echt wir können hier vielleicht wegen den dingern dann oh es ist nicht wie sind okay egal wir machen das jetzt einfach ich nehme die dinger jetzt hier weg Blöd natürlich, äh, hier, der eine Block ist schon getrocknet, dafür hat die Bohrer natürlich kein Problem. Schade, also ich hab echt gedacht, dass sie es nutzen, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht an die Gitter, die dort eben sind, liegt, oder, äh, weil es einfach so weit auseinander ist, oder so, ich kann es echt nicht sagen. Vielleicht sind die Zombies ja noch intelligenter geworden. Dann werden wir das jetzt so machen. War mal so, und dann gibt mir mal diese, äh, nee, 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 was sind die denn jetzt? Sag mal, da sind die Platten, genau. Nee, 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 nee. Bin ich blind? Ach da, also, nee. Okay, ja, okay, wir lassen das einfach mal so im Raum stehen. Das heißt, der müsste hier, so. Habe ich jetzt gerade verpasst? Hä, ein Freund. Ja. Ja. Ja, doch, doch. Ja. Nehmen wir das erstmal. Das können wir natürlich auch einmal aufwerten. Sollen wir mal, hier. Ich weiß nicht, aber dieses, machen wir mal hart, falls sowas wiederkommen sollte. Dass die Zombies hier irgendwie lang gehen wollen, ne? Dann lieber einmal festmachen. Dann lieber einmal festmachen. Ja, komm. Du auch. Ja, dann haben wir das schonmal. Wir gucken mal eben auch... Oh. Die ganze Zeit hier haben das Gleiche. Dann haben wir hier die Rampe natürlich einmal fertig. Die ist natürlich sehr, sehr wichtig. Woom ist... Jo. Ne, oben war nicht. Keine Ahnung, warum ich das eben nicht wollte, aber jetzt geht's. So, dann haben wir das. Dann machen wir hier auch nochmal ein Level Up. Den... Den... Den natürlich auch nochmal. Ja, dann haben wir das schonmal. Ist auch nochmal viel, viel wert. Dann sollte das hier auch... Endlich... Das trocknet aber schnell, ne? Man muss sich selbst hier auch aufpassen. So. Ja, hier brauchen wir auch nochmal eine Tür. Mal gucken. Oh. Wir... Machen die mal ein bisschen Heide wieder. Können wir denn direkt eine Tür herstellen? Am liebsten würde ich auch direkt eine Tresortür haben, ne? Macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Weil die Zombies sind ja, glaube ich, so gepolt, die laufen eher zu den Türen als zu den Stäben. Das heißt, wir basteln uns mal eben ne... Ja, zwei Tresortüren. So. Ähm... Tür. Genau. Schraubfeder und mechanische Teile. Die haben wir. Ja, jede Menge sogar. So. Tür. Tresortür. Zwei Minuten. Mal gucken. Wir hatten das ja hier eben... Wir geben hier auch mal Tür ein. Ne, ich dachte schon... Äh... Hier gibt's auch ne HD-Tür oder sowas. Die von der Zeit deutlich kürzer ist. Das hatten wir auch mit der Zugbrücke, ja? Na, machen wir jetzt einfach mal vier. Äh... Sieben. So. Dann kann er den Rest da weitermachen. Haben wir hier noch irgendwie was? Äh... Ne, das bestimmt nicht. Dip, 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 dip. Die können wir jetzt direkt mitnehmen. Hier, okay, 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 okay. Kannst du auch schon mal mir geben. Mir geben. Na gut, hier... Kannst du auch schon mal Zement wieder starten. So. Und weiter geht's. Und ich habe Durst. Ja, können wir erst mal nur das Wasser. Ja, wunderbar, ne? Also hier kann man direkt weiter aufwerten. Das ist natürlich sehr schön. Mhm. Sehr schön. Und natürlich werden wir uns auch noch die HD Tourettes machen. So. Yeah, level up! Yay! Ja, und da kommen wir jetzt hier nur noch so einfach vorbei. Wir müssen jetzt immer hier entweder rüberspringen oder hoffen, dass wir gerade laufen. So. Gut, das kann alles noch trocknen. Alles kein Problem. Hier werden wir jetzt mal kurz, na, runtergehen. Hier mal aufwerten. Die Dinger können eigentlich erstmal so bleiben. Oh, hier ist offen. Okay. Natürlich nicht schön. Wenn die Fische intelligent sind, können die hier dann auch mal ganz schnell hier rüberjumpen. Oh. Jetzt verteilen wir die mal eben hier noch ein bisschen. Ach, hier sind auch wieder die Holzdinger. Ich muss mal eben kurz auf die Zeit gucken. Ja, dann ist es... Oh, okay. Okay. Denn es ist ja auch schon bald wieder soweit. Die Folge hat gleich schon ihr Ende. Ich weiß, dass es jetzt für euch vielleicht nicht ganz so spannend, wie wir die Base absichern, wie wir Sachen herstellen. Aber... Leute, das ist jetzt the game. Oh, okay. Das ist jetzt the game, dass ich auch keine Ausdauer mehr habe. Und wir wollen ja so viele Zombies in der Hortenacht jetzt mal töten, wie es nur geht. Daher werden wir auch noch mal ein bisschen Eisen fahren. Wir werden... Munition... Viel, viel, viel Munition noch herstellen müssen. Damit wir auch die ganzen Tourettes befüllen. können. Also es wird einiges noch zu tun sein. Hm. Aber hier ist auch noch Holz. Also diese Holzverkleidung hätten die definitiv weglassen können. Deshalb es feuert. So, dann machen wir mal eben weiter hier. Ich habe gerade ein Zombie gehört. Ups. Du, Götter, Müschen. Ah, kein Zombie, sondern direkt ein Bär. Hey! Ah, der Sound. Ach, der Sound ist so cool. Aber du kannst ja nicht so rumliegen. So. Ich brauche den Platz. So. Bevor ich das jetzt hier durchmache, werde ich hier alles zubauen, werde ich jetzt hier nochmal die Dinger setzen und die auch zumachen. Damit da nicht irgendwie aus Versehen jemand so reinklettern kann. So. Wunderbar. Dann geht es auch schon weiter. Hier ist der Nöpf. Auf. Natürlich sind hier immer so Feinzinte. Gut, die Holzlinge muss ich auch noch aufwerten. Aber erstmal verteilen wir hier was, ne? Da haben wir noch 50. Und es kommt gleich ein Flugzeug. Aber was im Airdrop drin ist, werdet ihr es in der nächsten Folge erfahren. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dass ihr mit dabei seid. Ja, das ist das gutes Stück von. Hi! Ja, wenn es euch gefallen hat, diese Baufolge oder Aufwertfolge, lasst gerne einen Daumen hoch da. Lasst einen Kommentar da, wenn ihr vielleicht Tipps habt, was man so mit der Base alles anstellen könnte. Und falls ihr noch kein Abo habt, abonniert mich gerne. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, ne? Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal wieder.